Ach, wieso spiele ich immer Karokan Reflexe? Hatte ich ein Dame E2 hier? Was ist das denn? Komische Variante, habe ich so noch nie gesehen. Dann schieben wir einfach mal die Bäuerchen vor. Und dann schieben wir einfach mal die Bäuerchen vor. Bin mir aber nicht sicher, D4 kann ich nicht machen. Jetzt drohe ich aber D4, vielleicht kann er selbst D4 machen, ne kann er nicht, weil der hängt. Er macht es trotzdem, ist ein bisschen frech. Und jetzt? Er spielt erstaunlich schnell, ne, diesen Blödsinn. Wenn ich mit der Dame nehme, macht er Läufer F4, ne? Springer E5, Läufer C5 oder was? Okay, ich drohe Springer D3. Ja, mir ist schon klar, dass du da schlägst. Springer D5 droht jetzt. Ne, er hätte auf E5 ja zwischenschlagen können. Er spielt sehr schnell. Muss man ihm lassen, aber er sieht komplett erratisch aus, was er macht. Vor allen Dingen jetzt, jetzt ist alles gedeckt. Der ist angegriffen, der ist angegriffen. Und jetzt ist er in der Fesselung. Er kann B4 machen, ne? Soll das? Nein! Das geht aber nicht. Das geht aber nicht. Weil ich den Springer wieder wegziehen kann, ne? Dann habe ich nicht den ganzen Turm mehr. Ja, gehen wir mal aus den ganzen Schachs raus hier. Aber ich bin total lahm, ne? Und das laufen ein paar Nerven wieder rum. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt muss ich die Bauern davor schieben, die Dame ist total weit weg, die weiße Dame Warum nicht den hier mit der Idee H3? Das ist auch Quatschen Tja, hat er sich verschluckt am schnellen Spielen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020